Hier ist Gossip Girl. Rund um den Globus stellen mir unsere Lieblings-Upper East Side das eine und dieselbe Frage. Weißt du, wo Serena ist? Nicht mal Gossip Girl hat was über sie gebracht. Wie gut, dass du uns auf dem Laufenden hältst. Warte, nein! Und nirgendwo stand etwas über ein Projekt in Dubai. Und ich kenne meinen Vater. Eine so überwältigende Aussicht hätte seine Aufmerksamkeit gehabt und sein Interesse. Sie war seine Übersetzerin und du warst schon immer angetan von Frauen mit einer gewissen Zungenfertigkeit. Was verlangst du dafür, zu schweigen und zu verschwinden? Zehn Millionen Dollar. Das ist eine Hochzeit. Also lasst uns alle das Glas erheben und... Nein, du kannst sie nicht heiraten! Du kennst sie ja überhaupt nicht. Wer bitte... Sabrina ist nicht mal ihr richtiger Name. Sie heißt Serena. Serena Vendor Woodson! Manche Dinge bleiben ewig, wie sie sind. Jetzt bin ich wieder da. Und mit dir als Zugabe ist New York noch perfekter denn je. Liebesschwüre, Kriegsdrohungen und der Sturz des Mächtigen. Welches Geheimnis kennst du, dass so viel wert ist? Gossip Girl. Die komplette sechste Staffel. Jetzt auf DVD und als Download.